Leute, ich bin hier auf dem Eisenbahnmuseum in Asbach aktiv. Heute ist wieder der erste Tag der offenen Tür hier in Asbach und im Hintergrund sehen wir die 53, die Lok, die wirklich schön aussieht und schön restauriert ist. Und ja, weitere Videos kommen dann im August wieder. Macht es gut. Ciao.